Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Es spricht zu euch der 17. Juli 2017 und hier ist der Martin Rechsteiner. Oder leicht umgekehrt, Geek Talk Daily, die 0163, 163. Folgen. Heute habe ich die folgenden Themen mit euch dabei oder führe euch mit dabei, die Vornamen. Dann Anzeigetafeln, Facebook-GIF, Viking, x.com, AGBs, Windows Phone und die Gewinner, die ich euch seit letzter Woche schuldig bin. Dazu aber gleich mehr. Zuerst zu den Vornamen. Vornamen, das ist so ein Ding. Jeder hat einen, manche auch zwei davon. Und in der Schweiz gibt es eine Open Data Plattform. Und da gibt es unter der, ja, wie sagt man so schön, Subdomain, Vornamen.opendata.ch, eine grosse Datenbank, wo ihr eure ganzen Vornamen eingeben könnt. Oder besser gesagt, rausfinden könnt, welche Vornamen zu welcher Zeit, in welcher Sprachregion. Und in der Schweiz sind ja das verschiedene Deutsch, Französisch, Italienisch und Retro-Romanische Sprachgebiet. Und dann könnt ihr es gleichzeitig noch einordnen zwischen 1902 und 2015. Und so könnt ihr quasi dann eben Zeitraum eingeben, männlich-weiblich wählen, die Sprachregion. Und schon wisst ihr, in welchen Jahren welche Namen am populärsten waren. Zum Beispiel Martin, Achim oder was auch immer. Jan, soweit kann man alles eingeben. Und dann mal schauen, wer da wo am meisten gebraucht wurde. Oder welcher Name da am meisten gebraucht wurde. Ganz wichtig, die Daten zählen nur auf diese Personen, die noch aktuell am Leben sind. Also somit, umso weiter es ihr zurückgeht, umso mehr dünt sich das natürlich ein bisschen aus. Dann habe ich als zweites Thema Anzeigetafeln. Hier in der Schweiz bei der SBB und auch anderen Organisationen oder besser gesagt Zugverbänden, ist es so, dass das sogenannte Schalltafeln sind. Also wenn da das Ganze wechselt von 12.41 Uhr auf 12.42 Uhr, dann klappt da eine Tafel runter und dann wechselt es auf 2, 3 und so weiter. Ihr kennt das sicherlich auch und habt das wahrscheinlich in Deutschland und Österreich ähnlich. In der Schweiz hat man schon begonnen und wird es jetzt dann strenger noch mehr tun, die ganzen Schalltafeln umzuswitchen auf ganz normale LCD-Screens. Also quasi TFT-Panels besser gesagt. Das Ganze schaut nicht nur besser aus, man kann viel schöner Informationen darstellen. Es ist auch weniger wartungsintensiv, logisch, weil sich weniger bewegt in dem Sinn. Und es soll auch günstiger sein. Ich freue mich schon, wenn an den Bahnhöfen, wo ich unterwegs bin, nächstens an die Tafeln kommen, weil mir gefällt das Neue deutlich besser. Aber ja, die Zukunft. Dann Facebook. Ja, Zukunft. Zu viel hochgegriffen. Facebook-Kamera, die kann jetzt GIF generieren. Darauf hat die Welt gewartet. Wer den Geek Talk Motor Podcast hört, weiss, ich bin ja großer Fan von GIFs. Hashtag not. Dann gibt es ein bisschen mehr Speichern. Mehr Speichern ist ja immer gut, sei es zum Datenspeichern, aber auch für Backup. Egal für was ihr das braucht, Anfang des Jahres wurden ja angekündigt, dass in diesem August eine 60TB kommen soll von Seagate. Die 100TB wurde ja auch schon irgendwie in Aussicht gestellt. Ich weiss nicht mehr von wem genau. Jetzt hat Viking ihre beiden neuen Platten vorgestellt. Das sind jeweils eine 25TB und eine 50TB Platte. Das ist ja richtig, was, ja, da hat ein bisschen was Platz. Nicht nur Backup, sondern auch an Daten. Sowas muss ich mir besorgen. Mehrere davon. Dann hätte ich mal ein bisschen Ruhe. Aber ja, gehen wir zum nächsten Thema über. Elon Musk, dem gehört, oder gehörte besser gesagt, damals schon, oder früher gehörte ihm zu PayPal-Seiten X.com, die Webseite. Durch den Weckgang, oder weiss gar nicht, den Verkauf damals, wurde die abgetreten. Jetzt hat er sie anscheinend für einen zweistelligen Millionen-Sümmchen zurückerworben. Anscheinend, die Daten, also die genauen Angaben sind da natürlich nicht bekannt. Heute angekündigt und ja, da ist nur ein grosses X drin. Das wird anscheinend gefixt und wenn ihr diesen Podcast hört, sollte eventuell, wahrscheinlich dann erst zu amerikanischer Zeit, also am Nachmittag, so zwei, drei herum, dann auch die ganze Seite mit Inhalt befüllt sein. Wir dürfen gespannt sein, wenn ihr es erratet, oder was ihr denkt, zu erraten können, schreibt es doch mal via Kommentare oder auch über Social Media. Würde uns Wunder nehmen, was ihr denkt, dass da so reinkommt. Ja, dann die AGBs. Die liest ja eh kein Schwein durch, die klickt jeder weiter. Dass das eigentlich nicht passieren sollte, hatten WLAN-Hotspot-Anbieter in den vereinigten Englischen, wie heisst es, vereinigten, ja, Grossbritannien da oben, mal getestet. Sie haben ihre 1600 Zeichen oder wortstarke Nutzungsbestimmungen auf 260 Wörter untergeschlackt, also ziemlich mager. Dennoch hat da einfach jeder draufgeklickt oder, ja, jeder ist vielleicht nicht, aber viele draufgeklickt und zu ziemlich speziellen Dingen Ja gesagt. Sprich, dadurch hat sich ein jeder verpflichtet zu 1000 Stunden allgemein nütziger Arbeit. Das ist so, Kot sammeln im Park, Abwasserkanäle reinigen, mobile Toiletten säubern, Kaugummis von der Strasse kratzen, etc. Auch Schneckenhäuser bemalen war unter anderem drin. Insgesamt haben 22.000 Nutzer dem Ganzen zugestimmt. Jetzt müsste man diese 1000 Stunden mal die 22.000 einfach nur durchbringen. Sprich, das sollte man, ja, wie soll ich sagen, durchsetzen, dass die das tun und dann wäre England plötzlich ganz ein sauberes Städtchen. Oder Land, besser gesagt. London, wollte ich sagen, wäre dann ein schön sauberes Städtchen. Aber ja, ich denke, das würde hier in der Schweiz, aber auch in Deutschland nicht anders gehen, denn, ja, wie einleitend gesagt, die AGBs liess leider selten jemand durch. Dann habe ich auf pocket.pc.ch einen interessanten Beitrag gelesen vom Marcel Laser. Gruß an der Stelle. Denn in der letzten Woche, wir hatten es auch in der Geek Talk News Folge mit drin, ja, Microsoft, das Windows Phone ist tot. Microsoft stellt das Windows Phone ein. Und was da alles nicht so durch die News ging, nee, eben nicht Windows Phone 8.1, das habe ich ja da auch in der News erwähnt, wird eingestellt. Windows 10 Mobile läuft nach wie vor weiter. Ja, Clickbait und all das Mögliche hat eben viele, viele andere Magazine dazu verleiten lassen, anderes zu schreiben, zu dichten, was auch immer. Sehr schade, sehr schade. Aber ja, wie gesagt, in der letzten Woche habe ich ja dem Jan zu Beginn der Woche geschrieben, dass ich die Gewinner und besser gesagt euch auch geschrieben, dass ich die Gewinner bekannt geben werde, des Wettbewerbs zum Geek Talk Daily 150. Aus gesundheitlichen Gründen konnte ich letzte Woche relativ wenig tun, deshalb kommt das jetzt nachgeliefert. Gewonnen haben der Bernd, der Ralf, der Sandro, der Edjenz-Gitarrist, der Peter Manser und der Mr. Knopf. Was das ihr gewonnen habt, das bekommt ihr in den nächsten Tagen per Mail zugestellt. Und ja, da bitte ich euch dann natürlich um die Adressen, dass ich das Ganze auch aushändigen respektive verschicken kann. In dem Sinne, das war mein Start in den Montag, in die neue Woche. Der 17. Juli ist heute. Euch viel Erfolg und ja, geht mal nach x.com und schaut, was da drauf ist. Ich werde es vielleicht morgen dann nochmals kurz aufnehmen, wenn da was Passendes drauf ist. In diesem Sinne, euer Pokipsi. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.